Gott, bist du schwul, ey, ganz ehrlich. Okay, dann... 600 Holz brauche ich jetzt. Das ist das ما ... Ohす! Ja, sagge auf. Die Mooner anscheinend blipfvolt. Die. ich glaube ich gucke falsch willst du einen weiblichen dodo haben der pink ist ein rosa flamingo schluchzen 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 echt so scheiße ach du hast doch nackobären gebraucht 100 200 300 400 500 600 700 800 900 nackobären habe ich wenn die wenn die bären alle haben jetzt muss es zu mir hinkommen ich werfe nicht jetzt gleich sonst raus rechts aus der tür gelaufen rechts aus der tor rechts aus dem tor und dann von der basis aus gesehen ich sehe wenn du das richtige tor aufmachst ja oder fliegen mal gucken ob du richtig ja da bist du ich sehe dich schon weiter rechts ich schmeiße die bären dann raus wie viele witz von nackobären ok 100 200 300 welche willst du noch ich kann dir alle geben und da sowas noch ja ok so dann werden die anderen an den wege schworfen weg 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 400... ach noch 400... ja, aber jetzt... Da kommen wir nicht zu nahe... Bis wir die Scheiße rausschmeißen, oh fuck ey... 1, 2, 3... 600... ups, sogar 700... Das ist gut... Nehm noch mehr Holz mit... Mit jetzt ich noch mehr Holz brauche... So... Dann wieder rauswerfen... Tup 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 tup... Tup tup tup... Tup tup tup... Tup... ... So... Da müssen es ein bisschen so reichen... Jetzt muss ich mir noch diesen riesen Grill bauen. Glaube ich. Ja, noch den Grill. Dann habe ich alles. Oder? Nachdenken. Ja, noch den Grill. Ja, noch den Grill. Picheler 50, 35, Fiber. Okay. Habe ich noch was drin? Ah, legt mich dauer, ich habe hier sogar noch was drin gehabt. Hätte ich das mal gewusst. Hätte ich gebrannt. Und noch mal 72, Benzin. Benzin. Hm. Naja, wir sind etwas. Nehmen wir lieber 400 halt mit. Sicher ist sicher. So, search, 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 search. Nehmen wir das damit und das damit. So, search, 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 search. So, search, search, search. Wie viele kann ich bauen? Vier? Wie sind es hier? Ach so, verstehe. Ich glaube, ich brauche 53, search. Wie viel ich dabei? Zu wenig. Gut, dass ich immer so viele Vorräte habe. Weil ich will jetzt nicht immer so viel fahren gehen. Ach gut, dann müssen wir noch den raus holen. Halt, das Fall war nämlich auch noch raus. Ach Mist, da habe ich auch noch's jetzt drin. Hätte ich das mal gewusst. Storage, nein, ich wollte nur 10. Halt, da habe ich auch noch's. Sooo, dann wollt ihr noch Betten bauen. Was brauche ich dafür? Da fehlt mir Setsch. Zwei Betten, was brauche ich noch? Das habe ich, das habe ich. Das müsste noch im Lager sein. Zwei Stück, perfekt. Ich glaube, damit bin ich fertig. Das war alles? Morgen, ich bin willkommen beim Stream. Dann könnte ich mal nach, weil ich dafür brauche. Ich weiß, dass ich 200 Metall brauche, also muss ich schon wieder an meine Metallreserven gehen. Oh Gott, zu kotzen manchmal. Na gut, egal. Uh, noch ein Metall übrig. Scheiße. Äh... ... ... ... ... ... ... ... so war hier nichts drin und wollte mich verarschen das kommt da rein das kommt da rein das kommt da rein so ja ja ich spiele auf der one das halt und so weiter zurücklegen brauche ich nämlich nicht mehr so wie es aussieht wieso das denn fährst gleich rüber oder was ist ein privater server wer ist denn hin